Heute müssen Elena und ich auf einem 100 Meter Hochhaus balancieren. Ich hab Angst. Wer die Challenge abbricht, verliert. Die App, mit der wir das machen, heißt Richie's Plank Experience und man wird mit einem Fahrstuhl in den obersten Stock gefahren. Wichtig ist, dass man sich auf eine Erhöhung stellt, damit es für den Körper realistischer wirkt. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, es ist so realistisch, dass man wirklich denkt, man wäre gerade dort. Falls ihr Höhenangst habt, ist das auch eine App, um sie zu bekämpfen. Ich dachte echt, ich falle gleich runter, aber hab mich dann zusammengerissen und es geschafft. Elena hat Höhenangst und musste immer wieder zurück in den Fahrstuhl. Doch am Ende schaffte auch sie es und die Challenge war bestanden.